Uchtung, Hallöchen, bleibt mal kurz. Ich bin Paparazzi. Komm mal her. Hattest du nicht fotografiert, den Fastback? Als Boss. Entschuldigung, kein Fastback. Ups. Aber es ist ja die Bauform. So. Gut, so, hier haben wir auch schön... Dann müssten wir hier rechts rein, die Straße. Gut, da hätte man drauf kommen können, dass hier ein Verstecknis ist, natürlich. Ja, da ist es doch. Ja, da ist es doch.